Was ist das für die Svn-Technologie? 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 Das heißt also, für ein Mobile Workforce, also Leute, die also nicht zu einem Gebäude zurückkommen, ist es jetzt möglich, um ihre Desfire-Karte abzudaten auf ein NFC-Telefon. Das heißt also, jetzt ermöglichen wir eine Mobile Welt für Svn. Und das ist natürlich, die Svn-Technologie ermöglicht das. Also die Mobile Svn, das ist auch etwas Neues von Salto. Dankeschön.